Richtig gut, schön. Ein ganz seltener Anblick, dass es ein bester ist, so oft gibt es sie nicht zu sehen. So Freunde, es ist Samstag. Das zweite Workout vom Verband steht an und unsere Leute suchen heute ein 12-Rack-Max-Front-Rack-Back-Lunch. Ich bin gespannt, was die heute so rauskommen. Ich bin gespannt, was die heute so rauskommen. Ich interessiere mich für dieses Crossfit. Gibt es das hier? Dann kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.